Absolut richtig, wenn es geht, 35 Stunden maximal, weil wir haben das selbst gemacht, den Papa gepflegt und da weiß man, was das heißt und das ist komplett in Ordnung, komplett in Ordnung, bei einem Söben-Gehalt natürlich. Ich habe zwei, drei Freunde, die in dem Bereich arbeiten. Die haben ihre Schichten, sind ständig müde, obwohl sie ihren Job lieben. Die sind auch relativ unterbezahlt meistens. Ja, ich finde es an sich sehr gut, weil Pflege ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, der oft unterschätzt wird und der jeden aber früher oder später betrifft. Ich glaube, dass es gut ist, dass die auf die Straße gehen, dass sie quasi für mehr Geld oder weniger Arbeitszeit kämpfen, weil es ein sau anstrengender Beruf ist. Die brauchen dringend kürzere Zeiten. Ich habe eine Tochter, da ist es selbst in einem Behindertenheim, weil sie sich, was sie tut, die kämpfen. Das ist ein Job, den kann nicht jeder. Ich bin nicht grundsätzlich. Neubsand trip ons an. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! bt81-D